lade weg ja aber lade bitte schneller werde ich dir sehr verbunden was gab leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge von game lab hier in garrysmart mal wieder und heute spielen wir offensichtlich eine minecraft map aber keine normale minecraft map einfach nur so sondern halt eine adventure map und ich glaube ich habe keine waffen weswegen ja so auf geht's wir gucken uns mal ein bisschen um aha in die häuser rein was gibt es so was gibt was das hier im moment halt da oben geht kaputt wo sie nicht was haben wir denn so was ist hier aha und jetzt das war klaus das war am klaus aha kann ich das ja kaputt machen anschein nicht jetzt sagen wir sind noch wo geht es irgendwo tief in die höhle die wollten neues hier gibt's gold und t und t ein moment ich habe nicht so ganz funktioniert hier ist irgendwie das muss okay guck mal was hier ist orange ist jetzt nichts blau okay also also orange einmal zurück er was ist was ist denn das hier rechts schlafsaal hier gibt es sehr tief runter ein langer gang ein portal mix ding was auch immer weil ich lager also auf der anderen seite eisler okay was haben wir jetzt aha ein schön kühlschrank wieder und was ist hier jetzt genau nichts okay es scheint so als wäre es alles ich jetzt gut ich habe das was für die map ich habe noch was anderes vorbereitet schade ich habe gedacht dass das wirklich nur eine schöne adventure map ist aber ist anscheinend nur einmal schade was geht ab hallo kann ich mich bewegen wir kommen an fehlern an aber das hat mehrmals weh in den ohren und im character wie auch einige eros rum ich glaube das gehört nicht so na du der typ hat skills der kann rückwärtsschwimmen man merkt schon es ist vielleicht ein map zu jurassic park the lost world hat leider einige fehler das wollte ich nicht bäume ausreißen kann ich auch macht den baum dann werden der heißt ja immer noch fröhlich längst gut und du aha eine leiter die nicht sehr gesund aussieht okay was haben wir hier bomben okay jetzt hier geht jetzt hier was hier los aha windows 10 was ist denn das hier ist das premiere wenn das premiere ist und keine ahnung wann kommt jurassic park raus ich glaube 1997 wer benutzt premiere in 1997 da wird wahrscheinlich auch noch 4k kein wunder dass die grafikkarten hier durch brennt hier ist irgendwas ausgebrochen ich höre gett hier ähm ähm ich habe einen sniper und ich habe keine angst sie zu benutzen hohe hallo komm her ich mach dich weg ach komm schon oh moment äh ich jetzt äh nein ey jungs steh mir auf du musst doch leben äh willst du noch runter hier ich löse die von deinem live tschüss klatsch danger high voltage ähm sowas ist das hier hier protection habe ich schon noch an so passt hier ah guck mal mach mal alles an hier so löpt guck mal hin wir bischen du na du du bist aber hässlicher oh wer bist denn du komm mal her du bist aber ein ganz großer hier ich habe keine ahnung mehr wie die alle heißen so tschüss schönes leben schönes schönes leben noch warte mal haben wir jetzt die strom noch ja haben wir so was ist hier jetzt aha ist das rippen keine ahnung oh what die haben hier angegriffen die spaßten was soll denn das jetzt was ist denn sag mal jung geht es hier gut oben so geht es hier gut so komm ich packe ich wieder oben hin dem ging es da anscheinend sehr gut darf ich hier rein hier wird nichts ähm dann auch die mach das dick auf geh raus aha so meine güle ich muss ja erst zu solchen machsam greifen ich habe hier Eier und ganz viel Errors durch die Tür ne äh mit dem Rentenmaster ne auch nicht ok dann machen wir es eben so pfff ich bin ich habe auf diesen kleinen dinge drückt ähm irgendwer ist hier gerade am schirm raus hier damit endet doch ne film kommt ne heli und hol mir wo muss ich hin äh keine ahnung tötet sie alle tötet sie das bevor es einherlegt ah zerstört alles alle daten zerstört die cdu darf nichts bekriegen was passiert es hier oh äh dankeschön ich bin einfach tot und ich bin schon wieder tot was ist hä was passiert ist hier hallo da ist ein Helikopter da ist ein Helikopter gib mir gib mir den Helikopter komm schon du kannst du gar nicht ich will nicht immer sterben mach dich in den Helikopter ich möchte nur in den Helikopter ja äh gut da ich jetzt hier immer kunstern sterben werde und nicht in den scheiß Helikopter rein kann äh würde ich mal sagen haben wir die Map geschafft ich würde ich würde sehr gerne mal rein so komm mal jetzt haben wir jetzt haben wir an die Melis rot und dann würde ich einfach mal sagen war es das für diese Folge von Gamelab äh wir haben jetzt nochmal schön Sinon in den Tod jetzt doch in rot naja egal äh äh sehr komisch sehr verpackt heute alles ich hab äh keine ahnung ich glaube ich schneide es euch so ein bisschen lustig zu haben dennoch lasst einen Dank davon mehr abonnieren um kein einziges Video zu verpassen die Blogs haben mich überhaupt nicht verpasst und dann bis zum nächsten Mal ciao Out 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 Bis zum nächsten Mal.